Anlässlich des Tag des Wassers wird am kommenden Mittwoch zu einem bunten Nachmittag auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda eingeladen. Neben vielen Aktionen wird es auch wieder ein Quiz rund um das Thema geben. Für alle kleinen und großen Kinder stehen an zahlreichen Ständen Referenten bereit. Sie unterstützen die Wissbegierigen bei der Beantwortung der Quizfragen und führen Experimente mit ihnen durch, hieß es am Donnerstag bei der Programmvorstellung. Vom Bahnhof Neustadt wird es erstmals auch einen Bush-Shuttle geben.